Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Danilo LB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play It Hells of Systeria. In der letzten Folge ist eine Menge passiert und ich habe an einen sehr ungünstigen Cliffhanger Halt gemacht, ich weiß, Entschuldigung. Boah, Entschuldigung. In der letzten Folge haben wir Luna wieder getroffen, diesen Fuchstypen, von dem ich glaube, der hat die Stimme von Dio Brando aus Jojo's Bizarre Adventure. Und, äh, ja, das Mädel hier ist auch noch aufgetaucht. Hat irgendwie alles in schwarz-weiß gemacht. Ähm, Diesel hat sich geopfert, um Rose zu retten. Und, ja, Diesel ist jetzt tot, nehme ich an. Also, mit letzten Worten, so, letztes Gespräch, alles leuchtet und so, das war ein bisschen offensichtlich. Also, dass er wirklich jetzt weg ist, was nicht toll ist, finde ich. Und, ja, die letzte Frage, die Soraya gestellt hat, ist, wer bist du? Und genau da habe ich Halt gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen weiter in die Drama, in das Drama, in die Action, in die Verzweiflung, was auch immer jetzt noch kommt. Und, da kommt er. Das war's, was ich mir gedacht hätte. also immer mal wie es weitergeht Ah, das ist gut. keine emotionen es gibt nur frieden und so geht ins gast aus nachdem du mit eingesprochen hast ja man ich Untertitelung im Auftrag des ZDF Cities Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr so machen kann. Ich weiß nicht, dass ich die Antwort nicht rauskomme. Ja, das ist nicht so, was ich. Ich bin der Weg. 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 Ich frage mich, ob irgendeine Entscheidung, die ich da getroffen habe, einen Einfluss hatte. Wer ist da? Niemand oder was? Wirklich irgendwas, ob ich jetzt abfeuern musste oder nicht musste. Ob ich da einen Rose hätte retten können. Irgendwie normal oder so. Ob dann Rose gestorben wäre und Diesel da geblieben wäre. Wirklich irgendwas. Also Fragen, die ich mich jetzt hier innerlich stelle. Na, wen haben wir da? Edna. Das ist das Wusher. Ich habe das Gäuern gesagt, dass ich die Gäuern an. Ach ja, dass du dich, die Gäuern an den Gäuern anstiegenden Gäuern anstiegenden Gäuern anstieg. Dass du nur Menschen, dass es nur ein Verbrechen gibt, also dass es die Gäuern anstiegende Menschen gibt. Dass du nur die Gäuern anstiegend, dass es nicht mehr so gut ist, dass es sich näher anstiegende Ergebnisse gibt. Ich glaube, dass ich das nicht so gut bin. Das ist doch gar nicht so! Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist nicht das Tezer. Aber das ist das auch nicht so, was ich? Ich glaube, dass ich das nicht so sagen kann. Ich glaube, das ist auch nicht so. Ich glaube, es ist auch nicht so. Ich will nicht sagen. So? Dann wird es wieder los. Es ist ein Verwaltung. Ich habe da, die sich wegzunehmen. Ich wollte sagen, dass ich mich nicht beendet, dass Dessler gebetet wurde. Ich habe das vorhin gesagt. Ich bin schade. Das tut mir leid. Ich bin sehr dankbar, Edo. das groß nämlich an leider okay ich dachte irgendwie da wäre Was ist das? Das 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 ist das? Wenn du so ausfüllen, dann wird das so ausfüllen. Ich habe keine Gedanken, aber ich habe mich in die Welt zu denken. Ich habe mich in die Welt. Gut, jetzt die Wagen zu spüren. Oh! STRAY-SAN, bitte um sich mit uns zu holen. Deswegen eben auch noch damit. Die Wagen nicht mit uns zu holen, nicht zu holen... ...die Wagen schon mal zu sprechen, trotzdem das für uns. Dasselbe ich viel in die Wagen habe. Ich glaube, es gibt nicht mehr vor, als ich... Breatter – das ist das Wagen. Das war's für heute. auch nicht stürzt ja nicht ab es ist kein Lieb, dass sie keine Ahnung Aber es ist ein Lieb, dass sie mit einem Kuss vielleicht bist du noch ein Lieb. Sie haben ja auch nicht Naira Ja Danke Aber Naira ist auch nicht so gut Sie sind ein Lieb, nicht so sind bei mir ja das war das war das war das war das kriminein socker ja oder es hat ihn immer da ja nein naja wird er dann noch groß und zur welt wenn der irgendwo noch ist der mann die anderen gebiet kann ich nicht mehr oder doch da ist er weit naa, wie war es? wie war es? wie war es der letzte der Dezel? ich habe es gelungen. Ich habe ihn gesagt. Oh, das stimmt. Ich habe ihn mit ihm gewonnen. Zavida, er hat ihn mit Dezel gehört. Na ja. Er hat ihn mit ihm geholfen, mit dem Mann zu helfen. Wie ist das, was Dezel und Zavida verletzt? Ich bin mir so gut. Ich bin mir so gut. Ich bin mir nicht so gut. Ich habe mich nicht so gut verletzt. Ich habe mich daran gedacht. Wenn ich mich aber verletzt, dann habe ich mich geholfen. Ich habe mich nicht gut geholfen. Tafida... Ich habe mich nicht geholfen. Was ist das für mich? Ja, das ist für mich sehr wichtig. Wenn du dich verletzten, dann kannst du dich verletzen. Was? Das heißt, du kannst dich mit Laira und Laira einbauen. Warum? Ich habe mich nicht mehr als eine Person. Wenn du dich mit dem Schweren kannst, dann kannst du dich immer wiederholen. Du kannst du das? das habe ich schon kommen gesehen auch wir sind offensichtlich da tut sich mir jetzt die frage auf hätte ich jetzt abfeuern müssen und wäre dann entweder rose oder diesel gestorben wäre dann anstatt es wird jetzt irgendwie alicia gekommen oder so aber ich glaube so tiefgreiflich ist das nicht das Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Aber ich weiß nicht, was ich nicht zu erzählen. Ich weiß nicht, dass ich mich auch nicht bedankt. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich. Ja. Ich bin ein bisschen sicher. Ich dachte, dass ich mich sehr verletzt habe. Ich finde, was ich, wenn ich nicht so kiste, war ich nicht. Ich finde, dass ich mir sowas und ich nichtzuzeißen darf. Das ist doch sehr schwierig! Ich bin einfach ein Mensch. Auf Wiedersehen. ja was sagt man noch weil leute die am meisten lachen und fröhlich sind dass genau diese leute am traurigsten innerlich sind naja aber ich sage dazu jetzt nichts mehr da komme ich jetzt hier wieder nach vorne aber ich glaube nicht dass ich eine wahl hat jetzt hier irgendwas zu bestimmen das ist wieder so eine sache die mich in xylia 2 gestaltet hat du konntest zwar dauernd entscheidungen treffen aber nachfolgend konsequenzen hatte hat irgendwie nicht deswegen traue ich diesen spiel hat schon eher zu weil in symphonia zum beispiel hat so auch nur selten irgendwelche entscheidungen zu treffen aber die hatten auch auswirkungen deswegen glaube ich dass hier vielleicht der fall sein könnte aber auch wieder nicht deswegen ja jetzt noch eine solo zähle mit mir nehme ich an okay da soll ich mich ausruhen hat wir müssen ausgerechnet da jetzt ein ding ich habe ja mit ihnen gesprochen ne mit leo etna rose sowjet und leila ne ah Ja. Ach, mit der Olle, oder wat? Ah, okay. Ah, okay. Ah, ha. Ah, okay. Okay, das ist ein bisschen großartig. Wenn ich mich in Dezelle geöffnet habe, dann kann man einfach in der Gegend sein. Wie ist das? Die Leidenschaften sind gleich. Wie geht's das, Süley? Süley... Ah, ja. Was ist das? Süley, bitte? Ihr seid! Ich will das! Ich will das! Ich will das immer wieder. Ich werde das Kuss machen. Ich werde das Kuss auf mich, oder? Das war er. Er war das Wort. Ich habe es gesagt. Ich habe ihn aufgeladen. Und dann... Ich werde das einfach... Ich werde das einfach. Ich werde das einfach. Aber er ist einfach nicht so... Ich meine... ...er Vorstehung, der mich kuchen. Er ist auch glücklich... Ich war gar nicht... Ich war gar nicht so, was ich... Ich will... Ich kann mich nicht sagen, was ich? Ah! Das ist jetzt! Ich habe die Rede von Rezel gesagt. Ich habe die Rede gesagt, Rezel gesagt. Ich habe die Rede gesagt, Rezel gesagt. Nein! Ich habe die Rede gesagt. Ich habe die Rede gesagt. Ich habe die Rede gesagt. ja ja da war ja noch was anlocken und schreiten na ja da war ja auch noch was ja wie geht's ja ok ja zwar jetzt sind mit dem hut ich nehme mal an es hat das gleiche darauf wie diesel hatte solche gleichen klamotten die gleichen dingens beiges grün srb oder so wird ausgesprochen geschrieben okay ich dachte der hut ist jetzt irgendwie so habe er ist anscheinend deutlich da habe ich mir irgendwie gedacht hat er die klamotten auern ziehen kann windjäger windwächter okay dann kann man nicht mal entfernen okay ist jetzt so an denen dran jetzt nicht gedacht okay weiß ich soll er seine liebe an hüten auch teilen heute gehen wir ihnen erst mal wissen was da machen wir später ich glaube die sachen ne magius ist genau gleiche aber sind die gleichen sachen wolkenbruch immer noch okay ja denn seine klamotten sind schon wahrscheinlich richtig gehört hast du für dinger snack zur beitung da ist auch noch auf dem selben level sehr gut hey maximum geil manchmal hat anderes machen wenn schreiten nehmen wir mit ihm okay machen wir das mal 35 ist ab maximum das ist gut zu wissen gehört dann heute im text was auch immer jetzt aber ich weiß nicht muss ja gehen wir mal ja im ding zu überdachten weil vielleicht sind jetzt hier ein pass geht es mal schon ja 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 hat ich glaube nicht so traurig zu sein jetzt müssen wir lachen ha 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 das war natürlich oder dann vom level ab sind wir schon ein bisschen weit entfernt ja weiß ich nicht ich werde natürlich auch wieder trainieren ist aber 59 so ungefähr mal stark war sind einige bosse noch plätten und so wobei eigentlich jetzt nicht so viele probleme hat mit dem boss spirituelle kraft des windes so Das war's für mich. Das ist das Problem, wenn man so wie ein künstlerischer Gewerkehra-Kaze-No-Ten-Zog ist. Das war es gut. Es geht nicht umsonst. Es geht nicht umsonst. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber... ...Zavira hat sich mit ihren Freunden angeboten. Das ist ein kleiner Mann, also. Ich bin sicher, dass ich mich bereit bin. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht bereit bin. naja ist aber ich will einfach nur dazugehören bitte lustig werden einfach sprechen unter männern ja weiter versprechen unter männern was es Das ist der Mann. Was ist das? Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Was war das? Vielleicht ist das ein Verletz? Nein, nein. Das ist ein großer Mann. Aber ich habe keine Ahnung. Das ist ein Mann. Und die sind am petten. sentimentale schwester ok ok intensivkurs katalysator ich würde sehr sagen das windelement effektiv gegen wasser ist Das ist kein Wegekug. Wenn du nicht wirklich einfach nur ein Geheimdienst hast, einfach nicht mit dem Geheimdienst heruntergenstelle Schwer, dann kann man das Spiel nicht versuchen. Wenn du ein Geheimdienst bist, dann wirst du das Spiel sehr leichter. Wenn du in die Zeit bist, dann kannst du dich noch stärker sein, dann kannst du dich selbst aus dem Land gehen. Dann kannst du dich selbst überwunden, zum Beispiel überwunden. Wenn du dich dafür bist, da war es da würde ich sagen mehr gibt es im moment nicht zu tun wir haben mich auf screen vielleicht mal ein bisschen so umschauen und ja dann würde ich sagen machen wir in der nächsten folge weiter mit netz play tales of hysteria ich bedanke mich alle herzlich zu schon sagt tschüss bis zur nächsten folge